Ich habe euch gesagt, ihr könnt nicht mit den Dreiachs erfahren. Ihr kommt nicht um die Kurven, das ist viel zu eng. Ja, aber das haben wir doch besprochen. Ja, na gut, servus. Ich weiß von nichts. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie sowas daherkommen kann. So ein Knie. Kommt ja nicht alle Tage vorbei, ne? Schauen Sie, da kann jeder, wie er will, ein- und ausfahren. Das kann jeder gewesen sein. Die Jugendlichen aus der Umgebung feiern da Partys in der Nacht, die machen sogar Lagerfeier. Ich kann da überhaupt nichts machen dagegen. Das ganze Areal ist riesengroß, was glauben Sie? Und es ist mir eigentlich auch egal. Einen Schaden kann man da sowieso nicht anrichten. Kies kann man nicht kaputt machen, wenn Sie wissen, was ich meine. Haben Sie ein Auto? Na klar, jeder hat ein Auto, oder? Nein, nicht jeder hat ein Auto. Also, ich habe ein Auto. Was fährt Sie? Audi. Ein Sex. Spitzen Auto. Ja, super. Alle Extras, bin fein. War er schon mal kaputt? Geh. Oh ja, irgendwann haben wir übrigens einen Falltrottel in den rechten Kotel, der hat er gekrautzt. Teuer, oder? Die Ersatzteile sind ja nicht gerade billig beim Audi. Sicher nicht. Lauter Verbrecher. Aber ich habe da einen Supermechaniker drüben im Bitten. Der ist wirklich günstig. Wollen Sie was brauchen? Danke. Wir lassen das Knie dann abholen. Sie wollen uns eine große Hilfe. Das war's? Ja, es sei denn, ich will mir noch was erzählen. Vom Kies oder vom Knie. Nein, wirklich nicht. Dann war's das. Ich habe eine Frage. Bitte? Bei mir ist die Therme kaputt daheim. Es ist kalt. Ja. Jetzt ist die Frage, was kann das sein und was würde das kosten? Was geht? Haben Sie eine Flamme? Ja, ich habe es kurz, ich drücke drauf, dann geht es so ein, zwei Sekunden und wenn man dann warm was auftritt, ist es wieder weg. Also es geht gar nicht. Ich war bei Ihnen ein Elektriker in letzter Zeit. Ja, gestern. Ja, naja, da ist die Phase tauscht worden. Aha. Und was hat das gekostet, wenn man das repariert? 60 Wegzeit, 120 pro angefangenen Stunde. Und wie lange hat das jetzt dauert? Nicht eine Minute. Wurscht, dann machen wir für die eine Minute 30 Euro, dann machen wir 90 Euro insgesamt. Ja, das wäre das gewesen, wenn man eine zweite Stunde braucht hätte. Nein, meine, die haben ja eine erste. Also es sind 180. Was kostet der Service? Normaler Stundensatz. Wie lange brauchen wir da für die Therme? Knappe Stunde. Knappe Stunde? Stunde plus minus. Ich kann Ihnen aber einen Servicevertrag anbieten. Der kostet einmalig 500 und gilt für die nächsten fünf Jahre. Und ich komme immer, immer dann, wenn Sie es brauchen. Gratis. Der Nationalrat wird in deiner Sache aktiv? Nein, das ist Wahnsinn. Ja, das freut mich sehr. Ja, tschau. Entschuldigung. Nationale, so im Parlament einer? Gut, pass auf. Machen wir pauschale. Ja, wir machen 80 für das Ganze, weil es war ja wirklich nicht viel und das ist ja auch eigentlich noch ganz gut in Schuss. Und dann ist das mit 80 erledigt. Ich habe jetzt meine Taschen im Kaffeehaus vergessen, da ist mein Geld drin. Achso, nein, kein Problem. Holt es aus. Nein, holen Sie aus. Nein, habe kein Problem. Ich schraube da alles zusammen. Gut, super, danke. Sind Sie die mit dem Nationalrat-Parlament und so? Da meinen Sie wahrscheinlich meinen Vater. Das ist nur so eine Geschichte, der kennt in Wahrheit niemanden. Was macht es denn aus? Ähm, wir haben, das sind dann 340, aber machen wir 300 gerade aus. Trinken wir noch einen. Ja, bevor ich mich schlagen lasse. Und? Wie schmeckt dir das Leben? Wunderbar. Und wie sagt? Ich habe da gerade eine Substanz verabreicht. Die nennt sich Tetrodotoxin. Das wird aus den Eierstöcken vom Kugelfisch gewonnen. Wieso solltest du sowas tun? Weil das die einzige Möglichkeit ist, aus einem verlogenen Arschloch wie dir die Wahrheit rauszukriegen. Was für Wahrheit? Pass auf, ich stelle dir jetzt eine Frage. Ich stelle dir eine einzige Frage. Und wenn du die aber nicht in den nächsten 15 Minuten wahrheitsgemäß beantwortest, dann baba. Wenn du mir was sagst, was ich wissen will, was ich dir nicht da bin, die sind in 10 Minuten da, denen sage ich alles, was notwendig ist. Die spritzen daran das Zeug, was den ganzen anderen Idioten spritzen. Die glauben, sie müssen sich daheim Tropenfisch züchten. Kugelfisch. Nervengift. Glaubst du, du bist der James Bond? Seit wann? Seit wann was? Seit wann vögelst du, meine Frau? Wir sind Freunde. Was? Wo sind wir? Ja, ungefähr nach 10 Minuten. Ich bin dein einziger Schuss. Ich bin dein einziger Schuss. Also. Seit wann? Seit Silvester! Bist du sofrieden? Hör auf die Ritter. Du hast es versprochen. Ich habe gelogen. Mein Extrem. Du hast mir echt glauben lassen, dass ich sterben, du meinst. Nimm man an. Ah, noch haben wir immer noch genommen. Ich bin so glücklich, dass du kamst, wie ich bin. Aber ich muss sagen, dass ich ein bisschen Angst habe, dass du mir vergessen hast. Ich bin so glücklich, dass du mir die Invitationen auf den Open Ceremonie auf den Europäischen Maccabi-Games. Ich bin so glücklich, wenn sie hier in Wiener sind. Also, wennet du meinst. Ich bin so glücklich. Dr. Herzl. Dr. Herzl. Untertitelung des ZDF, 2020